Seit neuestem haben wir im Schlafzimmer schwarze Flecken an der Decke. Da ist die Dachterrasse von den Nachbarn und nicht hinten links in der Ecke. Und deshalb rufe ich am Montagmorgen gleich die Hausverwaltung an. Damit sie dann einen polnischen Handwerksbetrieb beauftragen kann. Doch die Verwalterin kommt erst mal persönlich, noch ehe ein neues Jahr anfängt. Sie schüttelt den Kopf und sagt, Herr Meister, ist doch klar, dass das schimmelt. Sie haben mir die Vorhänge direkt vor die Fenster gehängt. Ich hatte unrealistische Erwartungen, der Fehler lag ganz klar bei mir. Und ich sollte daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Ich hatte unrealistische Erwartungen, ich hab das Dach jetzt selber repariert. Und vorsichtshalber die Vorhänge in der Mitte des Zimmers montiert. Ich hatte unrealistische Erwartungen und viel zu wenig Geduld. Unrealistische Erwartungen, meine Schuld. Ich rate durch die Fahrradstraße, auf einmal öffnet sich ne Autotür. Und ich mache eine Vollbremse, um nicht damit zu kollidieren. Ein freundlicher junger Mann steigt aus, will sich ja fragen, wie es mir geht. Und er sagt ganz besorgt, eh pass mal auf, du Hurensohn. Fahr nicht so nah an mein Autorand, wenn es hier steht. Ich hatte unrealistische Erwartungen, der Fehler lag ganz klar bei mir. Und ich sollte daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Ich werde mich in Zukunft besser vorsehen. Ich leg mich direkt auf die Fahrbahn. Und damit es keine Lackschäden gibt, würde ich anbieten, mich selbst zu überfahren. Ich hatte unrealistische Erwartungen und viel zu wenig Geduld. Unrealistische Erwartungen, selber Schuld. Wir haben gesehen, dass mit der Braunkohle zerstört die Umwelt und stinkt. Also lass uns damit weitermachen, bis aufhören nichts mehr bringt. Und die Welt gehört den Milliardärinnen und die machen alles platt. Und die Rechnungen zahlen die anderen, weil sich das nun mal bewährt hat. Ich hatte unrealistische Erwartungen an die Menschheit allgemein. Deshalb glaube ich, dass mit dem Aussterben könnte doch das Richtige sein. Dann gibt es hier vielleicht bald nur noch Pantoffeltierchen. Dann bin ich mit der Welt im Rhein. Meine Erwartungen an Pantoffeltierchen könnte kleiner nämlich kaum sein. Und überhaupt fände ich es angebracht, die Erde besenrein zu übergeben. Und zu sagen, guck, wir haben Platz gemacht. Für endlich mal intelligentes Leben. Für endlich mal intelligentes Leben. Für endlich mal intelligentes Leben. Untertitelung des ZDF, 2020